Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, jetzt willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy XVI. Gestern ging es ja gut ab, da haben wir unsere neue S-Bar erweckt und ich will die Sachen mal testen. Zum Beispiel die Feuerramme würde ich gerne mal austesten gehen, ohne natürlich diese... eine Anzeige, da hab ich schon wieder vergessen, wie sie heißt. Der Hund hat was gesehen oder gerochen oder gespürt. Irgendwas. Eastpool ist am Arsch oder was. Hauptsache ich krieg Tränke. Oh, guck mal, es brennt. Ach, eie. Kaiserliche. Mal hier die Ra... Oh ja. Oh, das ist ja mal ein guter Handgriff hier. So gefällt mir das doch. Der Hund macht auch Gucken-Damage, ha? Da kommt die nächste Welle, okay. Sollen sie nur kommen. Ja, Garuda. Kannst du nicht mal. Ach, der ist mal fertig hier. Komm. Ah, fuck. Das war jetzt ein bisschen unnötig. Limitrausch. Könnte ich jetzt schon einsetzen. Brauche ich aber nicht. Ja, nee, noch nicht ganz. Mal wieder die Garuda. Hol mal diese Fledermaus oder Kriegswürm runter hier. Hey. Komm, fertig. Oder immer noch nicht. Ähm. Ja, wahrscheinlich sind hier unten noch... Jaja, guck mal, da sind noch viel mehr. Tja, dann. Kommt her, meine Freunde. Ach, Alter, in die Fresse, Junge. Sag mal. Kaiserlicher... Was ist es? Astrologe oder was? Was stand da grad? Mein Hauptmann. Ja, komm mal her. Hahaha. Alter. Direkt mal gehälftelt, die HP. So, jetzt mach den Hauptmann da weg. Danke. Besser gesagt, weißt du was? Aktivier das mal hier. Komm. Ach, so gefällt mir das doch. Guck mal. Brauche auch keine Fähigkeiten. Gar nichts. Der zweite Hauptmann ist auch schon Geschichte. Ach, shit. Ähm. Komm mal her. So, mein Damage mittlerweile ist halt schon... ...sehr, sehr ordentlich, ne? Ach, shit. Aber ich logge immer viel mehr an, als ich sollte, hab ich das Gefühl. Nehmen wir den noch runter. Ach, Mann. Irgendwie vermisse ich die eine Fähigkeit schon, äh... ...halter. Um, äh... ...HP zu regenerieren. Das ist eigentlich schon ne coole Fähigkeit. Muss das nachher wahrscheinlich wieder ändern gehen. Ich fühle mich aber wohler, wenn ich die Fähigkeit dabei hab. Bin ich ehrlich. Sie sollen brennen. Die Träger und alle, die sie verstecken. Auf Befehl der Kaiserin. Kaiserin. So wie's ausschaut. Hörn mich mal, hä? So. Kaiserlicher Champion. Komm mal her. Na, komm. Was macht er jetzt? Ach, je. Okay. Geh mal in die Luft hoch. Dankeschön. Obala. Komm, mach mal hier die, die Ramme. Oh, shit. Weißt du was? Ich will jetzt schnell das wieder wechseln. Ähm, mach mal die Feuerramme. Ja. Ah, im Kampf kann man das nicht wechseln. Okay. Ja, dann ist es halt so. Ah, shit. Ja, komm. Ah, kurzen Prozess mit ihm. Hopp. Gebrochen. Und jetzt los geht's. Wunderbar. Und noch alle Fähigkeiten raushauen, die ich hab. 11.000 Schaden, ne? Geht besser. Na los. Ja. So, ist gut. So, jetzt haben wir die Hälfte. Sehr schön. Dann, ah, shit. Ich kann die nicht umhauen. Okay. Uch. Aktivieren wir nochmal die Anzeige. Wirkliches, wer liegt. Na los. Ach, fuck. Ich dachte, ich bin gut ausgewichen. Naja. Er ist gebrochen. Das ist die Hauptsache. Erledigen wir ihn. Mit dem Rambock. Alter, das macht so krassen Damage. Richtig geiler Damage. Richtig geiler Damage. Verzeiht mir, Lady Hannah. Das habt ihr nicht verdient. Keiner dieser Menschen hier. Was hast du getan, Mutter? Wir sind zu spät. Gav. Clive. Also hat das die Herzogin verbrochen, ja? Hier in Eastpool wurden Träger versteckt. Wir dachten, sie wären sicher, aber man muss sie verraten haben. Wenn wir sie früher zu uns geholt hätten, wäre das alles nicht passiert. Verdammt! Mutter hat Träger schon immer verabscheut. Weil Vater sie aufnahm, obwohl sie anderswo Sklaven waren. Weil eine Laune des Schicksals ihnen ihre Kräfte gab. Und deshalb dieses... Dieses Blutbad? Sie wollten nur frei sein. Ein Wunsch, den diese Welt mit dem Tod bestraft. Doch wir werden das ändern. Gav. Wir wollen helfen. Dachte, ihr hättet noch was anderes zu tun. Ja, aber... Das kann warten. Wenn das so ist, sagt ihr beide Sid das am besten persönlich. Er würde sich sicher freuen. In Ordnung. Und zwar schnell. Ich hab gehört, er plant schon wieder einen Ausflug. Was ist mit den Toten? Hey! Kann ich euch die Dorfbewohner anvertrauen? Natürlich. Wir werden sie beisetzen. Danke. Euch allen. Dann gehen wir. Ihr Ratten. Wo ist euer Nest? Lord Kupka hat eine wichtige Nachricht. Und ich will sicher gehen, dass ihr euch erreicht. Ja, es wird interessant, würde ich mal behaupten. Ich kann nirgends mehr hinreisen. Nur ins Versteck. Wir haben am nächsten Partner heute ein bisschen kürzer. Dafür gestern lang. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.